Ich war gerade total verpeilt. Wie viel Geld haben wir gerade? Genug, ähm, 70.000. Dann kauf noch einen Schlüter. Damit wir nächstes Mal drei Trecker wieder haben und Jonas nicht, äh, umschreit. Ich hab gar keinen Trecker und mir ist wohl langmeilig. Okay, das könnte ich natürlich machen, jetzt hier werden wir einen Abladen. Meinst du den Schlüter kaufen? Ja, der Schlüter ist geil. Welchen denn, den... Für 46.000. Okay, weil hier gibt's ja auch noch einen für 37.000, weil von klassischer Landwirtschaft. Nee, der ist aber scheiße. Also, find ich. Okay, dann kaufen wir uns den hier noch. Loll. Das hat seine Gelenke. Alter, bist du durch das Getreide gefahren? Hä, wat? Ja, da muss ich lang, weil hier der Dingens steht. Der, 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 der... Der, 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 der... Ne, weiß schon, was ich meine. Weil du den Anhänger so günstig hingestellt hast und ich wollte nicht drumrum fahren. Kann ich nichts für dich tun. Ja. Ist meine Spezialität und außerdem ist es nicht so viel. Seht der jetzt? Ja. Oh, dann lasse ich den mal kurz hier stehen und hol mal den Schlüter. Schlüter? Hammergeil. Schlüter! Mama. Er ist geil für mich. Mal gucken, was gibt's hier noch für Kameras. Oh! Okay, Rückfahrkamera. Alter. Das sieht irgendwie voll geil aus hinten, wenn man so lang guckt. Das backt gerade bei mir übelst. Warum auch immer. Was? Kuchen? Ne, Pudding. Was? Pudding backen? Das geht auch gar nicht. Machen wir ein bisschen Pudding backen. Alles geht. So, den stelle ich jetzt mal hier in die Scheune. Back dir ein Eis! Den haben wir geilen Schlüter. Schnell mal jetzt mal in die Scheune. Du könntest natürlich auch gleich mal mit dem Schlüter sehen. Also, äh, hier mit dem Schlüter halt den Helfer anstellen, wenn du Lust hast. Äh, ich hab doch da den Dings hingestellt. Den komischen Fotzenkopf. Achso, der fährt schon, okay. Ich dachte jetzt, der steht nur da und so. Und dem ist langweilig oder sowas. So, wie viel, wie breit geht das hier? Nöss ich nicht. Breit genug auf jeden Fall. Welche Stufe kann ich da fahren? Zwei? Ja, ich glaub schon. Also, mit dem Unimog weiß ich nicht. Mit dem Unimog kannst du wahrscheinlich langsamer fahren. Nein, Stufe 1, oh. Und abhängen sollte ich ihn auch nicht. Also, musst du wahrscheinlich langsamer fahren, wollte ich sagen. Weil, wegen Baum. Ne, weil der ja schneller ist und so. Er fährt ja so, wo der, äh, Dings. Ah, wie heißt er? Da, 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 da. Der Kakao. Stell mal die Zeit hoch, äh. Wo der Kramer. Ah, stimmt. Äh. Denkst du, 15 reicht oder soll ich schneller stellen? Egal. Ich denk 120 ist besser, oder? Ja, ich weiß nicht. Wollen wir denn hier gleich Vollgas geben? Außerdem fahr ich gerne bei Nacht. Okay, dann geben wir gleich Vollgas. Aber Pflanzenwachstum auf normal. Sonst ist das ja gleich wieder gewachsen. Ja, das Gras müssen wir auch schon wieder ernten, glaub ich. So. Ich teste gleich mal aus, ob das funktioniert. Irgendwie find ich das total krank, dass sich auf dieser Kamera das Ding ändert. Also die Ansicht wird. Ich teste jetzt aus, ob das funktioniert. Also mit dem. Wow. Boah, ich bin jetzt total ETS-Auto. Wieder mal. Okay, das funktioniert also nicht. Hier mit dem Anhängen und so. So, den, äh... Ey, doch, das funktioniert. Echt? Guck mal, ich hab den ange... Nicht jetzt. Ich musste jetzt zwar ein bisschen umständlich fahren, also warte kurz. Wo bist du? Hammer geil. Ach, da bist du. Warte kurz. Wenn ich jetzt abhänge, dann fliegt der wahrscheinlich weg. Genau. Boah, lol. Ne, also dafür muss ich den dann so aufbocken und so. Also den Kunstdüngerstreuer hab ich da hingestellt. Hiermit tun wir dann mähen und so. Und mit dem Schlüter können wir ja dann Kunstdünger. Ja. Hier, René, guck mal. Tingen wir das nicht? Ich kann so aufbocken und dann kann ich den anhängen. Aber vorher geht das nicht. Oh, Mann. Also, BÄM. Also ihr merkt schon alle, wir sind ganz hobbylos, aber das ist... Leu, leu, da! Das ist völlig normal. Jetzt ist mein W-Werk weg. Ups, Salle. Ja, das ist normal. Zumindest bei uns. Aber den kann man anscheinend nur manchmal anhängen. Wir hätten den verfickten Kram überhalten sollen, weißt du das? Damit hätte man dann schön Kunstdüngen können. Sicher. Komm schon, jetzt häng den an. Maik, nimmst du dann den Schlüter und dünnst mal kurz oder so? Könnte ich machen, aber erstmal will ich hier wieder den Anhänger anhängen. Das kriege ich jetzt nämlich nicht mehr hin. Und du musst dann schwarden. Ah, ja. Ich mähe und bring das Zeug dann weg. Weil der Unimog schön Bums an anderen Flügeln hat. Bums, Bums, Bums. So, klappen wir das alles mal ein. Moin. Achso, okay, dann muss ich wahrscheinlich außen rum fahren, weil wir mit unserem fetten Mähwerk nicht durchkommen. Durch Dingern und so. Tööö. Fett. Du hast fett gesagt. Nein. Und so. Fack, fack, fack. Baum, baum, baum. Haus, Haus, Haus. Okay, das sieht ein bisschen krank aus, wie ich hier mit dem Ding ins Rum fahre. Mit dem, mit dem, mit dem Anhänger. Oh, X. Oh, es klappt. Und jetzt gib ihm. Hoffentlich darf ich den Umarzt Stufe 2 fahren, sonst muss ich das hier tun. Oh, da kann ich auch eins fahren. Oh, da kann ich auch eins fahren. Und so, Leute, jetzt. Oh, das hänge ich jetzt noch ab. Ähm, cool. Und jetzt haben wir hier so ein mega langes Gefährt. Stell mal auf 15. Okay, warte, Quats. Da hatte ich es eigentlich stehen. Aber egal. Also, äh, das letzte, eben gerade, bevor du gesagt hast, stell mal auf 120. Nein, egal. Ähm, René, du kannst ja in der Zeit wieder mal... Ja, weil jetzt schon Tag ist. Achso, okay. So, was ist los? Äh, du kannst ja in der Zeit, wo ich weg bin, noch ein bisschen weitermachen. Dann unterbreche ich nämlich heute die Aufnahme. Äh... Äh, ja, würde ich jetzt so sagen. Na, na. Ausnahmsweise mal. Ist ja nicht gecheatet und so, ne? Naja, wie gesagt... Hey, und wenn dann wieder komplett cheaten wir. Ja, okay. Genau. Dann fangen wir an zu cheaten. Bis gleich. So, ich habe die Aufnahme jetzt wieder gestartet. So. Juhu, Feld 19. Wollen wir uns was kaufen? Jo, hau rein, Digge. Äh, wie viel kostet? Guck erstmal, wie viel kostet. Wo ist denn Feld 19 überhaupt? Das muss doch jetzt blinken, oder nicht? Das ist bei uns irgendwo in der Nähe hier. Ach, da hinten. Feld 19. Ich hol's doch. Und blinkt das nicht eigentlich? Ich fahr jetzt mit dem Mähdrescher. Ja, tut's doch. What? Ja, okay. Dann blinkt das wahrscheinlich nur hier. Achso, ja, okay. Weil auch wenn du Escape drückst auf der Karte, da blinkt das nicht. Ich hoffe, ich pass hier jetzt durch. So. Ach, gar nichts. Übrigens, äh, ich habe jetzt... Also, ich bin jetzt wieder da. Und meine Mutter ist weg. Von mir aus könnten wir jetzt auch, äh, 100 Minuten aufnehmen, wenn du Lust hast. Nee. Nicht? Das geht ja mal gar nicht. Warum nicht? Erstens, wegen Jonas, wäre das auch ein bisschen blöd. Stimmt, das stimmt. Okay. Kauft? Nee, ich, äh, fahre gerade noch hin, um zu gucken, wie viel's kostet. Nimmst du ein Unimog, oder was? Nein, ich fahre gerade mit dem geilen, äh, super langen Anhänger, Mähdrescher-Teil, Dix-Bump-Trailer und sonst. Äh, dann verkauft's Getreide auch. Da, äh, das kostet jetzt 17.000. Ich würde sagen, ich biete mal. Okay. 18.850. Wie viel Geld haben wir? 23.000. Dann verkaufe ich jetzt noch schnell Dingens. Das wird die teuerste Aufnahme, glaube ich. Ui, ui, ui. Okay, jetzt bin ich, okay, ich hol mir mal den Unimog, weil dann, äh, mach ich's nämlich einfach so, dass ich den LKW da stehen lasse. LKW? Äh, äh, nee, den Mähdrescher. Und dann mit dem Unimog das Getreide wegfahre und dann gucken wir nämlich gleich nochmal nach, weil das Problem ist ja, dass die uns wieder überbieten können. Was allerdings auch lustig ist. Ja, das stimmt. Äh, kannst du dann mal hier das Getreide einbauen? Einsammeln mit dem, äh, Getreide, Gras, mit dem, na, hallo, äh, mit dem Unimog und so. Ich weiß gerade ehrlich, ui, 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 okay, da bin ich ein bisschen nach ihm gelandet. Ladewagen mit dem Unimog mal Gras hier einsammeln. Ja, kann ich machen. Ich muss den nur gerade hier gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem Schlüser hier einparken kann, der ist ein komischer. Los.